Drei tote Frauen in Teheran. Zwei in Tripolis, Libyen. Alle nach dem gleichen Muster abgeschlachtet. Ihre Nachbarin war die Nummer acht. Die Kollegen haben gesagt, sie haben was gesehen. Er hat mich gesehen. Wer heißt Sie? Özge. Sind Sie Türkin? Österreicherin. Vorstrafen? Drogenbesütz, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Wir schicken jemanden dahin und zeigen, wie sie sich selber schützen können. Der Anja hat dich geliebt, Samir. Das Jugendamt wird entscheiden, was mit der Kleinen passiert. Wer kümmert sich jetzt? Du bist vorbestraft wegen Drogen. Du wirst wegen Kindesentführung gesucht. Jetzt hast du deinen Kollegen nicht. Heute, du hast keine Chance mehr, die Erde zu kriegen. Ist dir das wurscht? Ich bin doch ganz gut, dass man nicht schon in socialist wird. Aber ich bin bei mir nicht falsch. Aber ich bin einiges. Ich bin da. Ihr habt keine Chance mehr. Der Platz des Weibes ist unter dem Mann bei seinen Kindern. Ich bring dich um.